Hallo und herzlich willkommen zum neuen Karnikult Video. Heute habe ich einen kleinen Gast dabei, das ist die Tara und wir werden heute ein paar Abenteuer mit ihr bestehen. Seid gespannt, was wir alle so unternehmen. Ciao ragazzi, ich bin Tara, eine Cane Corso Italiano Hündin. Ich bin neun Wochen alt und gerade bei meiner neuen Familie eingezogen. Das ist übrigens mein Frauchen Pina. Wir beide haben heute viel vor. Frauchen hat da was von neue Freunde treffen und Umwelt kennenlernen gesagt. Das wird bestimmt aufregend. Ob ich Angst habe? Hey, ich bin ein Nachfahre der italienischen Molosser. Wir haben schon an der Seite von Cäsar die halbe Welt erobert. Naja, jedenfalls bis auf ein kleines, von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf. Ein Welpe ist bei dir eingezogen. Herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet, es kommen viele schöne, lustige und aufregende Momente auf dich zu. Aber auch eine große Verantwortung. Denn wenn du möchtest, dass dein Welpe zu einem souveränen und unbefangenen Hund heranwächst, der im Umgang mit Menschen und Artgenossen unkompliziert und sicher ist, dann musst du in den nächsten Wochen einiges dafür tun. Es gibt nämlich nur eine sehr kurze Phase, die sogenannte Sozialisationsphase, in der der Hund das lernen kann. Die beginnt mit der dritten Woche, also zu einer Zeit, wo der Hund noch beim Züchter ist. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man sich einen verantwortungsbewussten Züchter aussucht, der den Welpen da schon fördert und endet, je nach Rasse, mit der 12. bis 14. Lebenswoche. Welpen, die in dieser Zeit sehr reitsam aufwachsen und nur wenig oder selten Kontakt zu unserer städtischen Umwelt haben, die werden in der Regel sehr unsicher, vielleicht sogar ein Leben lang ängstlich durch die Welt gehen. Sie sind häufig übernervös, sie lernen nur schwer und sie entwickeln sehr viel häufiger Aggressionsprobleme als Hunde, die sehr gut sozialisiert und an ihre Umwelt gewöhnt wurden. Es liegt also auf der Hand, das Beste, was du für deinen Welpen tun kannst, ist ihn mit allen Situationen zu konfrontieren, mit denen er auch in seinem zukünftigen Leben immer wieder zu tun haben wird. Und das heißt, du musst ihn auf jeden Fall an städtisches Leben gewöhnen. Zum Beispiel an eine überfüllte Fußgängerzone, an Kaufhäuser, an Verkehrslärm, an Baustellen, an Wochenmärkte oder überfüllte Flohmärkte. Du solltest vielleicht mal mit ihm essen gehen oder in einen Biergarten, wenn du das später auch vorhast. Und natürlich muss er an das Autofahren gewöhnt werden. Und ein Besuch beim Tierarzt sollte auch mit auf deiner Liste stehen. Es kann auch nicht schaden, wenn du mal mit ihm Bus und Bahn fährst. Und ein Besuch am Bahnhof, der steht auch auf deiner Liste. Ah, los geht's. Ob das wohl der Bahnhof ist? Auf einem Schulhof war ich ja schon mal. Da, wo Frauchen immer den kleinen Menschenwelpen abholt. Aber das sah ganz anders aus. Was uns hier wohl erwartet? Ich bin schon ganz neugierig. Zum Glück habe ich mein Frauchen dabei und den dicken Mann, der sich angeblich mit Hunden auskennt. Ihm habe ich schon ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Der Bahnhof bietet eine ganze Menge an Reizen, an die Tara sich gewöhnen soll. Züge fahren ein, Menschen steigen aus, in den Unterführungen und am Bahnsteigen ist es laut. Das kann ganz schön bedrohlich auf einen Hund wirken. Taras erster Besuch am Bahnhof findet deshalb am Wochenende statt. Wir wollen sicher gehen, dass es zu einer Gewöhnung an die Reize kommt und nicht versehentlich zu einer Sensibilisierung. So ein Tunnel unter den Bahnbleisen ist so gut geeignet. Ist er aber voller Mensch und ein Zugpferd darüber, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Gewöhnung setzt gegenüber schwachen und neutralen Reizen ein, während starke Reize eher zu einer Sensibilisierung führen. Das solltest du immer bedenken und mit einer niedrigen Reizstärke beginnen. Ein weiterer Besuch kann dann stattfinden, wenn schon etwas mehr los ist und nach und nach kannst du den Welpen an immer turbulentere Situationen gewöhnen. Wichtig dabei ist, seinen Welpen immer gut zu beobachten. Er soll entspannt und in seinem eigenen Tempo neue Situationen erkunden. Ist seine Körperhaltung entspannt, super, dann ist alles okay. Zeigt er Unbehagen oder vielleicht sogar Stresssignale oder Meideverhalten, dann bring ihn erstmal aus der Situation heraus. Nach und nach kannst du ihn in den nächsten Tagen mit dem angstauslösenden Reiz konfrontieren. Aber zunächst einmal nur in homöopathischer Dosierung, sodass dein kleiner Welpe sich prima daran gewöhnen kann. Was du auch einsetzen solltest, ist eine sogenannte Gegenkonditionierung. Sie sorgt dafür, dass der Reiz, der bisher die Angst oder die Unsicherheit ausgelöst hat, zu etwas Neutralem oder bestenfalls Positiven wird. Das kannst du erreichen, indem der Reiz mit etwas Angenehmen, wie zum Beispiel Leckerchen, verknüpft wird. Schritt für Schritt setzt dann eine Desensibilisierung ein. Möchtest du mehr über das Thema Desensibilisierung und Gegenkonditionierung wissen, dann schreib es uns in die Kommentare. Wir machen dann gerne ein Video darüber. Solange du deinen Welpen noch problemlos tragen kannst, solltest du ihn keine Treppen laufen lassen, sondern ihn auf den Arm nehmen. Aber natürlich muss er auch das Treppengehen kennenlernen. Und so macht es hin und wieder Sinn, ihn ein paar Stufen selbst laufen zu lassen. Denk dabei daran, ihm auch offene Treppen und Gittertreppen zu zeigen, denn sonst wird er die später verweigern. Auch das Bahngleis haben wir so gewählt, dass Tara die Reize gut verarbeiten kann. Der Zug fährt zwei Gleise weiter ein. Der Geräuschpegel ist für den neun wochenalten Welpen gut zu verkraften. Sie bleibt cool und entspannt. Aber auch neugierig. Tara beobachtet, interessiert das Geschehen. So soll es sein. Die städtische Umgebung ist aufgrund ihrer Reizfülle am besten dazu geeignet, einen Welpen an die Umwelt zu gewöhnen. Wenn du also sehr ländlich wohnst, dann plan mit deinem Welpen ein paar Ausflüge in die nächste Stadt ein. Dort wird er auch verschiedene Menschen treffen. Und auch das ist für deinen Welpen wichtig. Denn er kann nur gut auf verschiedene Menschen sozialisiert werden, wenn er auch Erlebnisse mit ihnen hat. Und dazu gehören Menschen verschiedener Herkunft, die sich verschieden kleiden, Menschen mit Hüten, Menschen mit Gehstöcken oder Rollatoren, Menschen im Rollstuhl, Fahrradfahrer, Jogger, Spaziergänger, Menschen mit Handicap, schreiende Kinder, Menschenmengen und so weiter und so fort. Aber auch zu Hause sollte dein Welpe mit einer ganzen Reihe von Situationen und Gegenständen konfrontiert werden. Da wären zum Beispiel der Staubsauger, die Waschmaschine oder der Föhn und alles weitere, was Krach macht. Aber natürlich muss er auch lernen, dass du schon mal Besuch bekommst von Freunden und Verwandten, aber auch von Postboten oder Gärtnern oder Handwerkern. Wenn diese Personen ihm ein Leckerchen zukommen lassen, dann hilft das schon ganz gewaltig. Natürlich möchtest du auch, dass dein Welpe schnell stubenrein wird. Schau dir dazu unser Video Welpe schnell stubenrein bekommen an. Was du auch zu Hause üben solltest, ist, dass dein Welpe sich gerne anfassen und auch untersuchen lässt. Schau ihm dazu immer mal wieder in die Ohren, lass dir die Zähne zeigen oder taste mal seine Pfoten ab. Dein Tierarzt wird sich darüber freuen, wenn er so auf Untersuchungen schon gut vorbereitet ist. Was für einen Welpen natürlich sehr wichtig ist, ist der Kontakt zu Artgenossen. Er hat bei seiner Mutter und seinen Wurfgeschwistern schon die ersten Erfahrungen im Sozialkontakt sammeln können, aber die müssen nun weiter gefestigt und ausgebaut werden. Und genau das ist das Kriterium, nach dem du Hundekontakte aussuchen solltest. Nicht jeder erwachsene Hund mag Welpen. Einige reagieren genervt oder beginnen sofort mit Erziehungsmaßnahmen. Einige haben selbst nie angemessenen Sozialkontakt gelernt und verfügen deshalb nur über schwache Kommunikationsfähigkeiten. Wichtig für deinen Welpen sind aber positive Erfahrungen mit Artgenossen. Hier gilt also, Qualität geht über Quantität. Oder anders ausgedrückt, wenn du dir nicht sicher bist, ob die Hundebegegnung eine gute Sache für deinen Welpen wird, dann lass es lieber. Es ist aber auch nicht günstig, wenn dein Welpe nur Kontakt zu Erwachsenenhunden hat. Deshalb solltest du mit ihm in eine Welpenschule gehen. Dort kann Kleinbello üben, seine Körpersprache, Mimik und Lautäußerungen situationsbezogen einzusetzen und ebenso die Absichten seines Gegenübers zu lesen. Das Spielen mit Gleichaltrigen ist aber auch wichtig, weil dein Welpe dabei lernt, seine Zähne angemessen einzusetzen. Die sogenannte Beißhemmung ist nämlich nicht angeboren. Pack dein Welpe beim Spiel zu fest zu. Dann schreit der Partner auf und geht weg oder beißt zurück. Apropos beißen. Was du unbedingt wissen musst, Welpenschutz ist ein Märchen. Er existiert nur innerhalb eines Familienverbundes. Fremde Hunde halten sich nicht daran. Deshalb nochmal, lass deinen Welpen nur zu Hunden gehen, die gut sozialisiert sind. Die Sozialisation deines Welpen auf Menschen und Artgenossen und gegebenenfalls auch auf andere Haustiere wie Katzen oder Kaninchen oder auch Pferde, falls du welche hast und die Gewöhnung an die urbane Umwelt ist das Wichtigste, was du in den ersten vier bis sechs Wochen als neuer Welpenbesitzer machen musst. Denn das ist später nicht mehr aufzuholen. Aber auch wenn die Sozialisationsphase beendet ist, solltest du deinen Junghund auf jeden Fall weiter mit Umwelt reizen und mit Sozialisation fördern. Mindestens ein halbes Jahr, besser ein ganzes Jahr. Denn nur dann kannst du sicher gehen, dass die bisher erreichte Verhaltensorganisation sich auch nicht mehr zurückentwickelt. Ja, das Ganze ist mit einigem Aufwand verbunden, aber es ist der einzige Weg, deinen Hund zu einem sicheren und verträglichen Begleiter auszubilden. Tara werden wir auf dem Weg dahin weiter begleiten. Schon bald kannst du dabei sein, wenn sie neue Abenteuer besteht. Ich hoffe, meine Tipps helfen dir, deinen Welpen gut zu sozialisieren und an die Umwelt zu gewöhnen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns ein Like und abonniere kostenlos unseren Kanal. Wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, wirst du in Zukunft keinen unserer Beiträge verpassen. Unser nächstes Video erscheint Donnerstag. Bis dahin wünsche ich dir und deinem Hund alles Gute. Kali kultiviere dich! ARD Text im Auftrag von Funk Bis zum nächsten Mal.